Von dem Zeitpunkt an, wo wir eine sinnliche Wahrnehmung haben, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir eine Entscheidung treffen oder handeln, geschieht in unserem Denken einiges. Manchmal unbewusst und häufig so schnell, dass es unserer bewussten Aufmerksamkeit entgeht. Mit dem folgenden Modell können wir einen näheren Blick darauf werfen, was tut sich da. Dieses Modell nennt sich die Leiter der Schlussfolgerungen. Dieses Modell legt nahe, dass wir auf der untersten Stufe der Leiter sinnliche Wahrnehmungen haben, die Daten, die Fakten aufnehmen, die Wirklichkeit. Und bis zu dem Zeitpunkt, wo wir auf der obersten Stufe entscheiden und handeln, tut sich in unserem Denken einiges. Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an, anhand eines Beispiels. Hans, ein Teilnehmer in meinem Seminar, sagt, kriegen wir das alles auch noch schriftlich? Das ist also das, was ich hören kann. Das ist die unterste Stufe. Die Daten, die Fakten, die Wirklichkeit. In einem nächsten Schritt treffe ich aufgrund meiner Filter eine Auswahl an Daten. Jetzt erinnere ich mich vielleicht, war das nicht auch der Hans, der gegähnt hat? Und war das nicht der Hans, der auf die Uhr geschaut hat? Ja, das war auch der Hans. Dass Hans allerdings vor fünf Minuten eine interessierte Frage gestellt hat, das habe ich ausgeblendet, ist mir nicht mehr bewusst. Nachdem ich jetzt im zweiten Schritt eine Auswahl von Daten getroffen habe, muss ich nun wissen, was bedeutet das? Jetzt gebe ich den Daten eine Bedeutung. Ich interpretiere das Verhalten. Und jetzt überlege ich, ja, was bedeutet das denn? Wahrscheinlich der Hans versteht nichts und der langweilt sich. Auf der nächsten Stufe, der Leiter, mache ich möglicherweise irgendwelche Annahmen. Diese Annahmen müssen gar nicht notwendigerweise durch weitere Beobachtungen gestützt werden. Zum Beispiel denke ich jetzt, wahrscheinlich versteht überhaupt niemand etwas. Auf der nächsten Stufe der Leiter fange ich jetzt an, Schlussfolgerungen zu ziehen. Zum Beispiel, ich habe es einfach nicht gut genug erklärt. Nachdem ich jetzt Schlussfolgerungen gezogen habe, bilde ich auf der Basis dieser Schlussfolgerungen möglicherweise Überzeugung. Über mich, über die Welt. Zum Beispiel sage ich mir jetzt, tja, ich bin eben kein guter Lehrer. Nachdem ich diese Überzeugung gewonnen habe, treffe ich jetzt eine Entscheidung oder ich handle. Ich sollte überhaupt keine Seminare mehr halten. Was wir gerade in Zeitlupe gesehen haben, geschieht häufig sehr, sehr schnell und deshalb unbewusst. Wir springen also von der untersten Stufe der Leiter, Daten und Fakten, die wir wahrnehmen, hoch zu entscheiden und handeln. Bei sehr wichtigen Entscheidungen, die eine große Tragweite haben, kann es also Sinn machen, dass wir uns Zeit nehmen und nochmal bewusst machen, wie bin ich zu dieser Entscheidung gekommen. Das kann man tun, indem man sich Zeit nimmt und selbst die Leiter der Schlussfolgerungen wieder nach unten steigt, bis wir wieder bei den Daten und Fakten angekommen sind. Und dann überprüfen, ist es die einzige Art und Weise, wie man denken kann, wie man Schlussfolgern kann. Manchmal kann es sehr hilfreich sein, wenn man jemanden hat, der einen die Leiter nach unten coacht, indem er entsprechende Fragen stellt, so wie im folgenden Beispiel. Ach, weißt du was, ich sollte am besten überhaupt keine Seminare mehr halten. Gar nicht mehr, das ist aber eine weitreichende Entscheidung. Wie kommst du denn darauf? Bin eben kein guter Lehrer. Aha, und woher weißt du das? Kein Mensch versteht was in meinen Seminaren. Keiner. Wie kommst du darauf? Haben das alle Teilnehmer so gesagt, wörtlich? Naja, alle nicht, aber auf jeden Fall der Hans. Der hat überhaupt nichts verstanden und hat sich furchtbar gelangweilt. Ah, jetzt sehe ich schon ein bisschen klarer. Also nicht alle, aber der Hans. Und hat Hans das wörtlich so gesagt, dass er nichts versteht? Naja, wörtlich gesagt hat er es natürlich nicht, ja. Aber er hat das schon sehr, sehr deutlich gemacht. Ah, jetzt bin ich aber neugierig. Wie hat er das denn deutlich gemacht? Na ja, hat auf die Uhr geschaut, hat er gegähnt. Und hat er vor allen Dingen die Frage gestellt, kriegen wir das alles auch noch schriftlich? Hm, das hat er also gefragt. Hm, sag mal, wenn jemand so eine Frage stellt, könnte das vielleicht noch auch was anderes bedeuten, außer ich langweile mich und habe nichts verstanden. Hä? Also meine Frage ist, könnte das auch noch was anderes bedeuten? Hm, naja, rein theoretisch natürlich schon. Ah, das könnte also was anderes bedeuten. Und was zum Beispiel? Ja, was? Ähm, ja, das könnte auch bedeuten, ich finde das alles so spannend, dass ich später gerne nachlesen möchte. Mhm, das könnte es also auch bedeuten. Du sag mal, wie könntest du das jetzt herauskriegen, was es für den Hans wirklich bedeutet hat? Ha, gute Frage. Ja, ich könnte ihn einfach mal fragen. Hey, gute Idee, das mache ich jetzt mal.